Ach ja, so beginnt man doch einen Part, doch gerne, entspannend auf einer Parkbank, sitzend und dann einfach einen Wasserfall beobachten. Beobachtend, ja, das ist äußerst entspannt, kann ich euch sagen. Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon X. Heute, oh verdammt, muss ich kurz aufstoßen. Also, heute, wo wir uns auf dem Weg nach Fraktalia City weiter begeben werden, über die Route 19. Im letzten Part hatten wir uns ja hier ein bisschen umgesehen, haben hier und dort ein paar Items gefunden. Das Item, was höchstwahrscheinlich ja Professor Platan versteckt hatte, das kriegen wir wohl erst, wenn wir Kaskade besitzen. Und Kaskade kriegen wir ja auch, auf der Route 19. Und dorthin begeben wir uns jetzt erstmal. So, der Vallee-Larch-Weg. Hm, auch nicht übel. Äh, welchen Weg sollte ich jetzt eigentlich nehmen? Naja, kämpfen wir erstmal eine Runde. Nun, dann wollen wir mal loslegen mit unserem Pokémon-Kampf. Das war zumindest, was mein Ich von vor 10 Sekunden noch gesagt hat. Aha. Ich bezweifle, dass es genau 10 Sekunden waren. Aber gut, aber gut. Dann kämpfen wir mal gegen einen kleinen Kürbis, den Irrbis. Hm. Entwickelt sich übertauscht ja leider nur weiter zu Pampchen. Schade, schade, sag ich da, oje. Was allerdings jetzt auch ziemlich schade ist, wie ich jetzt gerade hier sehe. Ist ja, dass ich ja doch nicht meine Pokémon geheilt hatte, wie ich es dachte. Jaja, wir haben ja auch mal wieder einen Pokémon-Kampf gegen Professor Platan. Gehabt. Lang ist es her gewesen. Aber ja, im letzten Part gab es mal wieder einen klitzekleinen Platan-Kampf. So, noch ein Irrbis. Äh, okay. Nur Clemens und Foxy sind nicht bei vollen Lebenspunkten. Na gut. Ich habe ja noch ein paar Hypertränke übrig. Dafür müssen wir uns jetzt nicht unbedingt zurück nach Mosair uns begeben. So, Magieflamme. Wartet mal. Wieso haben wir eigentlich noch die Magieflamme? Wollen wir nicht schon längst den Flammenwurf, oder? Na Moment, dafür hatten wir ja den Feuersturm jetzt. Na gut. Na gut. Ist ja auch schon eine... Etwas lange her, wo ich ja Pokémon X gespielt hatte. Okay, Tafelwasser bräuchten wir jetzt nicht. Hypertrank. Oh ja. So, des Weiteren kann ich jetzt ehrlich gesagt sagen, dass ich jetzt nicht nur einen Hypertrank brauche, sondern... Höchstwahrscheinlich... Hm, eigentlich wohl nix. Oder ich habe das jetzt vergessen gehabt. Na ja. Auf alle Fälle kann ich jetzt schon mal sagen, dass nach Pokémon X, zwar nicht ganz genau danach, Aber nach Pokémon X wird mein nächstes Pokémon Let's Play vor Pokémon Schild dann doch schon Pokémon Alpha Saphir sein. Hm, war mir zwar zuerst nicht allzu sicher gewesen, ob ich das Let's Play schon vor Pokémon Schild bringen sollte, Aber... Ah, was ist denn da denn jetzt? Eine neue TM. Wie zum Kuck sind wir jetzt... Warte mal. Müssen wir... Ah, wir müssen von unten dorthin. Ja, bei diesem Sumpf geht... Okay, das sieht zwar eher aus wie ein Sumpf, aber trotzdem kann man hier surfen. Tja, was soll man dazu sagen? Random Sky muss jetzt einfach mal kurz in so einer komischen Plürre herumschwimmen. Auch nicht gerade schön. Wir Ranger entlocken dem Pokémon ihre geheimsten Kräfte. Wir Ranger entlocken dem Pokémon ihre geheimsten Kräfte. Na, arbeitet ihr für Akromas? Hört sich ja fast schon so an. Clara und Cedric. Mit Tauros und Miltan. Bulle. Und Kuh. Na gut. Dann kommt jetzt eben mal Drache und Drache. So werden wir das schon packen. Das drachische Doppel wird jetzt aktiv. Und natürlich gehen wir zuerst ja auf Miltan. Weshalb? Tja, da schaut euch mal. Mein Netzplay zu Pokémon hat Gold an. Da wisst ihr es dann. Miltans sind gefährlicher, als sie aussehen. Können zwar sehr leckere Milch fabrizieren. Die benutzt wird für Milch, Joghurt, Eiscreme, Käse und so weiter und so fort. Aber die sind auch schreckliche Angreifer. Miltanx haben in der Geschichte von Pokémon schon viele Krieger entschieden. Und ganze Dynastien in die Knie gewalzert. Niemals sollte man Miltanx unterschätzen. Niemals. So, da wollen wir jetzt aber mal sehen, wie weit wir jetzt noch... Oh, verdammt, das musste ja so kommen. Oh, verdammt, das musste ja jetzt so kommen. Aber gut, unsere Angriffskraft hat sich jetzt wieder erhöht. Herr Clemens. Donnerblitz des Donnerdrachens. Gott. Das war schon mal recht gut. Und ich wollte schon sagen, Magieraum, ne, brauchen wir auch nicht. Aber ich wollte schon sagen, die nächsten Level-Ups müssten eigentlich im Raum stehen. Und ja, ein Level-Up stand jetzt wirklich im Raum. So, was wollten wir jetzt noch sehen? Aha. Ach, jetzt auf einmal ist es eine sumpfige Gegend. Ach. Als Pokémon Ranger müssen wir sicherstellen, dass Pokémon auch künftig ein angenehmes Leben führen können. Oh ja. Das weiß ich als alter Pokémon Ranger Veteran. Sowieso. Sehr gut. Ich habe ja schon Pokémon Ranger Let's Played. Pokémon Ranger Fincess Valmia. und Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Mir macht keiner was vor. Ich gehöre zu den Ranger Veteranen. Das hörte sich irgendwie nicht gerade sehr glaubhaft an. Das hörte sich irgendwie so an wie, äh, wie... Naja. Äh, sag du nur, sag du nur. Oder red du nur, red du nur. Na, wie dem auch sei. Wir holen uns jetzt, komme was wolle. Das Item. Die TM. Ob wir sie gebrauchen werden? Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall gebrauchen werde, sind viele Kühlpacks. Weil das kann beim besten Willen nicht gesund sein. So wie man auf Lapras reitet. Oder so wie man sich auf Lapras hier fortbewegt. Sieht nicht gerade so. Vielversprechend aus. Wir müssen die Natur um unserer geliebten Pokémon Willen erhalten. Und was mit den Menschen ist, fragst du? Tja, die liefern sich Pokémon Kämpfe. Gut, dann lasst uns mal Pokémon Kämpfe austragen. Ranger Harald. Äh, Harald. Nicht Harald, Harald. So, ist schön. Dann wird es mal wieder Zeit für das große Drachen. Erwachen. Let's go, Ampharos. Let's go. Aber ich denke wirklich mal, aktuell müssten wir nicht jeden einzelnen Trainer mit uns nehmen. Müssten wir nicht jeden bekämpfen. Ja, wir müssen eigentlich wirklich nicht jeden bekämpfen. Das ist jetzt aktuell wirklich nicht nötig, wie ich finde. Unsere Pokémon an sich leveln, er sagt ja auch sehr gut. Auch großartig. Nicht gerade, naja, durch unser Zutun, muss ich sagen. Aber, hey. Ist doch auch nicht übel. Wenn unsere Pokémon sich einfach, na, weiter aufpowern, wo wir überhaupt nicht sie trainieren. Ah, na klar, Blizzard. Jo, sehr effektiv. Aber was soll's. Dieses Sibirio. Dieser Knut. Ist dann jetzt auch bezwungen. Das Wort Pokémon Trainer lässt sich in die Sinneinheiten Pokémon und Menschen legen. Aha. Na, ist doch egal. Ich bin jetzt bloß hierher gekommen wegen meiner TM. Die TM. Matschbombe. Normalerweise eine ziemlich gute TM. Aber für dieses Let's Play habe ich eigentlich ja kein Gift-Pokémon mehr dabei. Okay. Und wir schauen uns jetzt noch mal kurz hier mal ein bisschen um. Was das Item dort unten da ist. Und hier oben. Ah, Pion-Gragi. Ja, du könntest auf alle Fälle eine Technik wie Matschbombe einsetzen. Mir gefällt es allerdings jetzt überhaupt nicht, dass wir eben nicht fliehen konnten. Ne, das war nicht gut. Na, komm schon. A, P-Plus. Na, für den... Für später kann man das Ganze noch sehr gut gebrauchen. So, und was ist jetzt hier los? Okay, erst einmal eine normale Stärke gleich. Und dann... Warte mal. Hä? Das funktioniert nicht? Hä? Habe ich hier was übersehen oder was? In der Tat habe ich was übersehen. Einen Stein. Den konnte man ja nun wirklich... Nicht sehen. Fragt mich eigentlich, wer überhaupt solche großen... Felsbrocken hier überhaupt in der Gegend herum verteilt hat. Ah, verdammt, hier kann man ja auch wilde Pokémon begegnen. Ja, hallo, Flunschlik. Pokémon der fünften Generation. Vom Typus Boden-Elektro. Na, egal. Diese platte Flunder lassen wir jetzt erstmal außen vor. Und schreiten jetzt weiter voran. Auf unserem großen Wege. Nach Fraktalia City. Sag mal, waren wir nicht eben schon? Moment. Wir könnten den ganzen Weg doch ein bisschen schneller ablaufen, glaube ich. So, das sah ja nicht übel aus. Und... Ah, eine Himmelstrainerin. Hast du Lust auf einen Himmelskampf gegen mich? Jo, machen wir mal. Je höher man fliegt, desto weiter schweift der Blick. Es dauert ja generell ja auch nicht allzu lange, bis wir hier von der Route 19 runter sind. Ah, sie machen einen Noctu. Wie nett. Und hier ist ein Staraptor. So, der Angreif von Noctu ist schon mal gesunken. Obwohl Noctu, soweit ich eigentlich ja weiß, mehr Spezial angreifen. Oder unterstützen wir diesmal. Ah, verdammt mal. Dieses Noctu ist schlau. Noctus gehören ja sowieso zu den schlauesten Pokern überhaupt. Muss man ja auch mal so erwähnen. Nur Metagross ist noch schlauer. Und die sind außerdem auch noch hinterhältig mit Hypnose. Äußerst hinterhältig. Aber gut, dieses hinterhältige Pokémon haben wir erstmal bezwungen. Und jetzt haben wir Aerodactyl hier vor uns. Also mit etwas Pech wird dann gleich Aerodactyl Felsgrab besitzen. Oder Steinkante. Das ist ja noch schlimmer als Felsgrab. Oh Gott. Und natürlich trifft die Steinkante. Warum sollte sie denn auch mich treffen? Und vor allem wieso eigentlich funktioniert eine Steinkante in der Luft? Das ergibt ja mal auch überhaupt keinen Sinn. So, hab jetzt erstmal Top-Beleber eingesetzt für Exterminator. Des Weiteren werde ich dann gleich doch mal, wie ich jetzt hier aktuell hier sehe, während ich meine Pokémon heile, Random Sky mal wieder auf den ersten Platz tun. Ach ja, Game Dragon hab ich auch mal kurz geheilt. Weil aus irgendeinem Grund ist Random Sky nur auf Level 55. Eigenartig. Naja, aktuell macht das so überhaupt nichts aus. Da unsere Gegner, abgesehen ja von der Himmelstrainerin hier, sehr starke Luschen sind. Ey, aufhört doch nochmal falsche Richtung. Na gut, da muss sie eben ein kleines Mädchen bekämpfen. Die Feen-Pokémon ohne Gnade benutzt. die Träumerin Corinna mit ihrem Pantymos Horst. Okay, dann eben mit ihrer äh, mit ihrer Pantymos Paula. Ja, wir sind aber noch sehr gut schnell unterwegs. Und was ist jetzt Trickbetrug gewesen? Warte mal, Wellenrauch. Ey, übergib mir gleich sofort wieder meinen Wellenrauch. Er hat viel Geld gekostet. Oh no! In der Tat, Pantymos. Der Wellenrauch hat viel Geld gekostet. Und jetzt will sie mir es eins mit Azumarell auswischen. Nicht mit mir! Ich besitze Donnerblitz. im dreifacher Ausführung-Team. Das war auch jetzt mal wieder ein gefährliches Azumarell. Aber egal. Wir stehen jetzt vollkommen unter Strom. Und haben Azumarell auch mal wieder bezwungen. So, letztes Potemort. Parfinesse. Tja, auch Parfinesse, dieses Zuckerwatte-ähnliche Pokémon, wird dann gleich bezwungen sein. Wir hatten aber eben irgendwie ein paar stärkere Gegner gehabt. Wird allerdings auch ein bisschen schade sein, wenn wir Bodyslam in Kürze vergessen lassen von Random Sky. Aber was mutt das mutt? Wir brauchen ja noch Kaskade. Haha, ich sehe es deutlich vor mir. Das duftende Blütenmehl jenseits des Flusses. Naja. Wir haben hier einen Fluss, aber der wiederum sieht ein bisschen moderig aus. Phantom! Na, wer will denn jetzt gegen mich kämpfen? Ah, Sander Banana. Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Yo, du willst mir ein Jahresabonnement von Angeln, Fischen, Segeln verkaufen. Aber hallo. Klar, weißt du das, wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Und außerdem, Angeln und Fischen ist ja das Gleiche. Angeln und Fischen ist ja das Gleiche. Enekoro ist doch gleich mal bezwungen. Ist übrigens auch ein Krypto-Pokémon in Pokémon XD Der Dunkle Sturm. Eine kurze Anmerkung mal. Aber besonders stark sind unsere Rivalen, obwohl Sander Banana zählt ja eigentlich nicht so recht als Rivalen von uns. Nee, nee, nee. Er als Trainer Bekanntschaft. So, jetzt kommt auch noch Brigeron zum Zuge. Tja, das wird dann jetzt auch erstmal locker flockig erledigt sein. Dank dem Eisstrahl. Ich muss zugestehen, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Na gut, dann muss eben Luna ran. Luna Frost auf Level 56. Oh, ist das interessant? Ah, Schutzstacheln. Hätte man jetzt einen offensiven Angriff gemacht, dann hätten wir jetzt auch noch ein bisschen Schaden abgekriegt. Na, ist ja jetzt auch egal. Brigeron ist auch erledigt. Das nächste Level absteht auch schon fast im Hause. In unseren Hause. Tja, und Viscogon ist auch ein Pokémon, was sich nur im Regen weiterentwickeln kann. Ist aber auch ein ziemlich gutes Drachen Pokémon. Was natürlich ja auch die Matschbombe erlernen kann. So, gut, Viscogon wurde erledigt. So, Level 57 für Luna. Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht mich immer so nervös. naja, was soll's. Leichter Sieg für mich. So habe ich mein verlorenes Geld vom Himmels Kampf schon längst wieder drin. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damit in Aquarelia denken. Ja, haben wir gegeneinander gekämpft? Ach ja, 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 sie hatte ja damals Igamaru gegen meinen Pfingst eingesetzt. Das war das erste Mal, dass wir uns in einen Pokémon-Kampf äh, dass wir einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Uns. Hallo, Phantom, hi, Sanna. Ah, verdammt, wenn man einmal... Stören wir gerade? Nein, überhaupt nicht. Was führt euch beide her? Dasselbe wie dich, Sanna. Als uns der Professor vom Phantom berichtet hat, haben wir alles stehen und liegen lassen und sind gekommen, so schnell wir konnten. Phantom, entschuldige, dass ich damit so, dass ich damit so überfalle, aber wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Naja, wir konnten ja jetzt schlecht Nein sagen. So, Pokémon-Trainer Tierno mit seinem Fiaro. Was für ein Tanz-Move hat denn eigentlich ein Fiaro drauf? Schwerttanz etwa? Oh, das wird wohl Schwerttanz gewesen sein. Oh, das ist jetzt auch mal wieder ein sehr schwaches Bild. Ein Fiaro, was langsamer ist als ein Drache. Na, egal, durch unseren Drachentanz sind wir nochmal um einiges stärker und schneller geworden. So, erledigen wir Tierno schneller als Sanna. Schön. Einfach genial. Level 58 Sie steht steht also jetzt auch mal wieder in unserem Hause drinnen. So, Krebutag. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mich dieses Krebskorch sehr genervt hatte und ein paar meine Pokémon auch erledigt hatte. Das war, glaube ich, ein Trassler gewesen. Die Luna. Ja, wer sollte es eigentlich auch sonst gewesen sein? und bedenke, dass man zur damaligen Zeit ja bloß zwei richtige Teammitglieder hatte. Foxy F und Luna Frost. GameDragon kam es weit später zu unser Team. Oh, Foxy schon Level 59. Clemens ebenfalls. Exterminator auch. Ich muss schon sagen, liebe Leute von heute, ich muss schon sagen, wir wechseln mal lieber unser Pokémon aus. So. Yo, Foxy. Eine Magieflamme, obwohl, ne, ne Psychokinese, das reicht ja vollkommen aus, um Roserade zu besiegen. Aber ja, großartig trainieren muss man in diesem Spiel und besser ab der sechsten Generation überhaupt nicht. Mehr. Hm. So, Guillotine. K.O. Attacke. Total bescheuert für uns. Ich frage mich jetzt allerdings, ja, wie werden eigentlich die Trainerkämpfe so ablaufen in der achten Generation? Weil, es ist ja jetzt eine offene Spielwelt, ja, wo man ja auf die wilden Pokémon ertrifft. Und, naja, so häufig wird man dann ja eigentlich ja nicht mehr Trainern begegnen, denke ich. Wir haben da ja frei erkundbare Wege für uns. Keine linearen, vorgesetzten Wege, wie zum Beispiel hier. Hm, wird interessant. Durch die Erlebnisse in Chromlexia bin ich ins Grübeln gekommen. Wäre Phantom nicht gewesen, hätte es sich ein für allemal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich ihn noch besser kennenlernen. Und was eignet sich besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, das klingt ziemlich eignützig, aber das ist eben meine Art, danke zu sagen. Tierno, das ist ganz und gar nicht eignützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser zu verstehen lernen. Aber zuallererst sollten wir deine Pokémon wieder aufpäppeln. Und meine. Und jetzt noch dein Team Phantom. Danke sehr. Wo wir schon mal dabei sind. Ich will dich auch herausfordern. Diesmal aber nicht zu einem Pokédex-Vergleich, sondern zu einem schönen Pokémon-Kampf. Tja. Jetzt kommt also auch noch Trovato Tomato zum Einsatz mit seinem Raichu. Tja, was soll ich dazu jetzt großartiges anderes sagen? Wir holen jetzt mal ein anderes Pokémon rein. Ja, Luna. Lunas Spezialverteidigung ist ja sowieso sehr hoch. Das juckt ihr jetzt überhaupt nicht. Dieser Angriff. Dieser Donnerblitz. Tja, mehr als schwach. Die Psychokinese allerdings, die ist nun mehr als stark. Hm, interessant. Ah, Paralyse. Oh, oh, oh. Die Paralyse. Na, egal. Wenn wir jetzt auf alle Fälle Glück haben. Oh nein, wir haben natürlich kein Glück. Ist ja auch mal wieder typisches Phantom-Heart-Glück. Aber die nächste Psychokinese hat gesessen. So, da müssten wir allerdings ja gleich wirklich in Fraktalia City angekommen sein. Ah, jetzt kommen auch noch Florgas hier. Also gut, Florgas, Florgas, Florgas. Hat ja eigentlich auch. Eine gute Spezial-Verteidigung. Hätten wir jetzt allerdings schon eine Kaskade in unserem Moveset drin. Ja, dann wäre der Kampf noch um einiges einfacher jetzt gewesen. Naja, der Energieball ist wenigstens nicht allzu stark jetzt. Auch wenn Florgas allerdings nach Pflanzen-Pokémon aussieht, ist und bleibt es ein reines Feen-Pokémon. Mensch, ich kenne das nur eins. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir jetzt mal Florgas einfrieren könnten. Aber gut, was nicht ist, das ist nicht. Und so kommt dann der Body-Slam. und drüber hinaus ein Level-Up Freihaus. Gott. Läuft mal wieder ziemlich gut bei uns. Ah, verdammt, mal verklickt. Jetzt habe ich mich mal wieder verklickt. So ein verdammter Mess. Na gut. Superschall. Wer spielt bitte schon auf einer Aerodactyl einen Superschall drauf? Das ja auch nicht gerade. Sehr schön. Okay, das Nebelfeld ist jetzt wieder weg. Unsere Verwirrung bleibt leider. Oh, verdammt noch mal. Na gut, Eisstrahl funktioniert wieder. Und wir haben natürlich nicht gesiegt. Hätte natürlich ein bisschen anders jetzt laufen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Na gut. Exterminator. Hier hast du jetzt erst einmal deine gepflegte Rache gegenüber das Aerodactyl von vorhin. Okay, es ist zwar nicht das gleiche, aber Rache bleibt Rache. In diesem Falle. Ich habe dich unterschätzt. Yo. Jetzt bitte mal meine Pokémon wieder heilen. Ich habe noch so viel zu lernen. Oder bin ich vielleicht einfach zu schwach? Ehrliche Meinung? Ein bisschen schwach bist du. Du machst dir Sorgen, dass du zu schwach warst? Du bist ganz schön ehrgeizig geworden, Trovator. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch unserem Pokémon, unserer Freundschaft. Apropos, wo steckt eigentlich Serena? Die trainiert gerade fleißig mit Mr. Mega. Sie meinte, wahre Freunde verschieden einander, selbst wenn sie nicht immer am selben Ort sind. Wahre Worte. Die muss sein, wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Kaskade? Was war bei der Kaskade? Ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Sie hat mich an viele Orte geführt und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich einer Menge interessanter Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich auch später noch gerne zurückdenken werde. Danke für alles, Igamaro. Hier Phantom, das von uns. Kaskade! Wunderbar! Damit kannst du Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ordens von Fractalia City bist. Ich muss los, bis bald! Bis bald! Oh, wie ist das schön! Jetzt wird Random Sky noch noch um einiges stärker werden, dank der Kaskade! So, Body Slam muss weg! Und Kaskade muss her! Schön! Allerdings wie lang dauert es denn jetzt? Okay, es dauert nicht mal zu lange, aber leider hat jetzt jemand im Haus angefangen rumzuschleifen mal wieder. Ist ja schon lange nicht mehr hier geschehen und oh, sieh mal an, wir sind schon in Fractalia City gleich. äh, und hier sind Zwillinge. Frag nicht warum, doch ich erinnere mich nur an Kämpfe, die ich verloren habe. Aha, und du erinnerst dich an Kämpfe, die du nur gewonnen hast? Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Frust und Bitterkeit einer Niederlage in den Ansporn zum Sieg umzuwandeln. Mensch, das kann doch mal, was ist das jetzt hier laut? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nur mitkriegt, aber es jetzt verdammt laut hier gewonnen. Aber gut, jetzt erst mal rein ins Pokémon Center, dann erst mal meine Pokémon heilen, dann werden wir uns mal beeilen, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob wir jetzt den letzten Arena-Kampf schon machen können. Da bin ich mir wirklich überhaupt nicht sicher. So, jetzt will ich erst mal sehen, was es hier zu kaufen gibt. Okay, eine Menge Bälle. Na gut, aber das wird langsam wirklich ein bisschen nervig hier. Okay, für später kaufe ich dann schon mal ein paar Finsterbälle, falls ihr das jetzt nicht mitgekriegt habt. So, und für später meine ich ja natürlich die Afterstory. Dort brauchen wir nämlich ein paar Finsterbälle. Und ja, Timerbälle ebenfalls. Das ist wirklich mehr als praktisch. Da fällt mir gerade ein, aktuell haben wir noch lange nicht Nazaptos hier in Carlos gesehen. Weil je nachdem, was für ein Pokémon man zum Anfang wählt, so verändert sich erst auch das legendäre Vogelpokémon, was man hier antreffen kann. Natürlich ist es zuerst hier ein Wander-Pokémon, aber später ja. Jo, dann wenn man es erst mal genügend, häufig genug angetroffen hat in der Wildnis, dann kann man es in der Meerestitan-Höhle in der Nähe von Tempera City herausfordern. So, und jetzt sage ich erst einmal, Tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir entweder den Arena-Kampf machen werden, oder vielleicht auch noch nicht, weil ich glaube, er war noch nicht da gewesen, der gute Walter. Okay, Walter hieß er jetzt sicherlich nicht, aber ja, der Arena-Leiter hat ein bisschen Ähnlichkeit vom Bart-Stil her mit Walter aus Malvenfroh City. Okay, eigentlich auch nicht. Walter in Malvenfroh hat ja, ein Vollbart. Und ja, der Arena-Leiter hier, der hat irgendwie, naja, eine andere Art von Bart. Und somit sage ich jetzt erst einmal, Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt euer Phantomheart. Ciao.